Fritzchen Fritzchen ging in einem Herbstag spazieren durch das Laub. Da fing es auf einmal an zu schneien und er lief auf einmal durch Schnee. Auf einmal rutschte er auf dem Schnee aus und brach sich ein Zahn aus. Daraufhin ging er nach Hause und wollte es seinen Eltern sagen. Als er dann nach Hause ankam und merkte, dass seine Eltern schon die dritte Weinflasche aufmachten, ging er wieder und zum Glück war sein Nachbar ein Zahnarzt. Als er sich auf den Stuhl legte, bekam er wie immer Herzklopfen. Dann hat der Zahnarzt angefangen zu bohren. Ende 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 Ende